ich habe alles was ich brauche um unseren auftrag abzuschließen nur noch ein strohkopf wir müssen story hochladen nicht in die helix ich will dass ein paar leute sehen was wir hier gefunden haben welche leute sollen das sehen otzo berg das war der komische namen als belohnung für ihre dienste verleihe ich ihnen die level 3 security freigabe ab jetzt sind ihnen keine türen mehr versperrt in ferner vergangenheit hatten die assassinen ein nobles ziel den frieden aber über die jahrhunderte verwandelte es sich in ein weit gefährlichere freiheit was ist jetzt dort folgen sie den lichtern und sie sind da versprochen sie sterben nicht wenn sie den lichtern folgen wie hat sie uns gerade genannt was hat sie gesagt oder hat sie nur dort ja sei mal ruhig jetzt hier na gut wir machen es einfach mal hat sie dort gesagt oder hat sie irgendeinen namen ich glaube dort einfach nur dort lang Nikolai Orilov na sieh mal an von dem hört man auch noch was das gefällt mir echt gut ja man das ist auch das wäre auch cool mal so als kleinen liberations mäßigen teil die geschichte über den russischen assassin der dessen dessen geschichte so ein bisschen in diesen comics geschrieben ist was sehr cool ist allein in die szene könnte ich mir richtig geil vorstellen wie er mit diesem geilen weißen pferd im schnee den zug hinterher reitet das wäre spielrecht ziemlich geil glaub ich er war ja auch ein vorfahre von danny cross beeilungstrohkopf jetzt kommt es darauf an ihr kommunikator sollte funktionieren die assassinenbruderschaft existiert noch heute und sie bleibt ihrer törichten sache treu ok wieder so ein serverer ich schütze die welt vor den assassinen kommt der jetzt gleich juna juna oder irgendwas anderes war doch beim dritten teil genauso äh vierten teil auch ungefähr so ein server hier heute haben sie mir in dieser rolle geholfen bitte starten sie die server sag mal bin ich überhaupt richtig mir wird das ja was ganz anderes angezeigt was haben wir hier schizare borgia nachdem ich mir dein material angesehen habe will ich es lieber nutzen um unsere feature über rodrigo borgia im konfliktsstoff aufzupeppen ja jetzt machen wir das ah da da rüber ok was hier wohl für daten alle drinnen sind oder ach ja beziehungsweise verarbeitet werden ist hier noch irgendwo was in der ecke oder so noch ein tablet ist hier noch w und was wo 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 So. Ich glaube, mein Training ist bald vorbei. Meinen Sie nicht auch? Was ist so lustig? Ich habe mich in Ihnen getäuscht. Sie sind nicht arrogant, sondern einfach völlig verblödet. Oh. Ihr Körper, Ihr Geist. Sie gehören nicht mehr Ihnen. Verstehen Sie? Alles, was Ihnen bleibt, sind Stimmen. Ich leide nicht unter Ihrem Zustand. Meine Animus-Sitzungen waren sorgfältig. Nein, nein, nein! Meine Stimmen sind Geister. Tot! Daher sagen Sie immer wieder dasselbe. Wieder und wieder und wieder und wieder. Aber die in Ihrem Kopf werden niemals sterben. Sie gehören jetzt Ihnen. Ich bin demütiger Diener des Ordens. Ihr seid nicht mal mehr eine Person. Ihr seid ein Werkzeug. Eine Waffe. Ein Spielzeug. Wir sind hier fertig. Und in Ihrer glorreichen neuen Weltordnung ist kein Platz für zerbrochene Spielzeuge wie uns. Sie haben alle Erwartungen übertroffen. Laden Sie mit dem Terminal Chase Geschichte ins Assassinen-Netzwerk. Ach soo. Das will er. Ja, ok. Otzoberg hat mit Daniel Cross trainiert. Weil der war, ja. Templer-Meister. Oder Meister-Templer. Hier noch den Großmeister der Templer. So rum. Heute sind die Assassinen schwach. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Letzten finde und töte. Aber es genügt nicht, dass Sie sterben. Es passierte auf Haiti. Es passierte in Portugal. Ein riesiges Erdbeben. Tausende Tote. Dank eures verdammten Manuskripten. Schafft ihn hier raus. Sie sollen genau wissen, wie schwach Sie in Wahrheit sind. Und ein jeder soll sehen, wie sehr Sie leiden. An dem Tag, an dem wir uns gegenüberstehen. Begrüßen Sie den Tod, den ich Ihnen biete. Che hat recht. Was weiß der schon? Mehr als ich offensichtlich. Mein Plan ist im Gang. Ich habe keine weiteren Aufgaben für Sie. Allerdings ist Chase Geschichte noch nicht zu Ende. Ich schlage vor, Sie sehen sich den Rest an. Was stand da? Was stand da? William, Miles, Sean und so weiter? So schnell kann man das gar nicht lesen. Sie zeigen Einsatz. Und ja, ich bin auch ein Templer. Schon seit Jahren. Miese Surprise. Hätte ich gar nicht gedacht. Was ist hier wohl alles gibt? Gibt es hier überhaupt irgendwas? Nee. Gibt es hier noch irgendwas rum? Da ist noch ein Computer. Oh shit. Oh shit. Hm. Hmmmm... Duncan Walpole erklomm die Rangleiter und wurde Meister-Assassine. Aber er wurde von einer Bruderschaft ausgebremst, die ihn über das Meer in die Karibik schickte, statt einen Weg zu finden, sein Potenzial zu nutzen. Dort angekommen, machte Duncan Laureano Torres, den ehemaligen Gouverneur von Kuba und Großmeister der Templer, auf sich aufmerksam. In ihrem Briefwechsel bot Torres einen weniger blutigen Weg zur Erreichung der gemeinsamen Ziele an. Durch Benutzung der Vorläufer-Artefakte als Überwachungssystem, statt für die Morde und Intrigen der Bruderschaft. Leider wurde Duncan von Piraten ermordet, bevor die Templer ihm helfen konnten, sein Potenzial zu entfalten. Obwohl Dunkans Geschichte kein glückliches Ende fand, zeigt sie deutlich, dass das höchste Ziel der Templer, Frieden und Ordnung, persönlichen Erfolg und Leistung nicht ausschließen. Wie mache ich das jetzt? Wie bewege ich den denn da so? So, sehr schön. Mal sehen, was gibt's hier? Sean Hastings war Universitätsprofessor mit dem Hobby, Abstergo-Geheimnisse durchzustechen. Seine Ermordung durch Abstergo stand kurz bevor, als er von Rebecca Crane, einer Assassinen-Hackerin, gerettet wurde. Seither ist das Paar unzertrennlich und leistet den Assassinen-Einsatzkräften technische Unterstützung. Hastings und Crane haben Abstergo Entertainment Montreal Ende 2013 infiltriert und waren für den Diebstahl von Verschlusssachen verantwortlich. Es ist unklar, ob sie den Virus übertragen haben, der den Helix-Servern gerade zusetzt, oder ob sie nur die Tür für andere Hacker offen gelassen haben. Rebecca Cranes Können sollte nicht unterschätzt werden. Sie baute den Animus 2.0, eine Assassinen-Version von Widdigs Originalmaschine. Sie scheint auch hauptverantwortlich für die Einrichtung eines neuen, sichereren Assassinen-Netzwerks zu sein. Wie es scheint, sind Crane und Hastings in der Bruderschaft befördert worden. Es gibt Gerüchte, dass sie jetzt eine Art Hacker-Kollektiv namens Die Eingeweihten betreiben und versuchen, sie auf die Assassinen-Seite zu ziehen. Richtig geil. Okay, hier gibt's nix zu hacken. Da war ich, war ich... Nee, hier war ich noch nicht drin. Hier gibt's auch nix zu hacken. Oder? Nee. Na gut. Aber, interessante Sachen. Über Sean. Ich wusste gar nicht, dass sie ihn gerettet hat. Das war mir gerade jetzt gar nicht so im Sinne. Das ist Rebecca Ihnen vor... Ja, vor dem Attentat sozusagen gerettet hat. Vor dem Attentat sozusagen gerettet hat. Das war der Stadt. Ich wusste gar nicht, wenn Sie nicht. Aber eigentlich muss man eine Untertitelung haben. Ich wusste gar nicht, dass es nicht so, wie es nicht so ist. Ich wusste gar nicht, dass er nicht so ist. Vielen Dank.